Ich kann nicht verhindern, dass euch Verstärkungen in den Turm folgen. Wir sollten uns beeilen. Die Elben gewinnen schon einen Vorsprung. Möge euch allen das Glück heute. So geil, der Zwerg. So, gut, ich will hier noch Zeug sammeln. Hier muss ich bei euch sein. Nee, von hier kamen wir. Andere Seite. Ich will's gillen. Ja, das auch noch. Nee, von da kamen wir, wo ich ging war. Ja, hier sind übrigens noch Zeug. Wow, ne große Feder. Ah, Arnohrschulterstück. Ich spiel mich erst mal. Ich sammle schon wieder auf. Ach, hier ist auch nur das andere, wo wir schon waren. Okay, das alles. Oh, ich bin aufgestiegen. Ja. So, wo ist mein Arnohrschulterstück? So, was ist das hier? Zwei Schulterstücken. Will hier noch jemand mal zwei, zwei Schulterstücken? Erstmal nicht. Und einen Ring habe ich. Oh, wirklich? Der macht zwei Ausdauer, aber ich habe nicht 13 Wille. Ich habe nur neun. Ich habe zwei Einhandwaffen. Willst du die haben? Schwert des Kriegers? Hab ich nicht. Und einen Kriegshammer des Soldaten. Mit zwei Geschicklichkeiten? Hab ich selbst. Brauche ich nicht. Kannst verkaufen. Hätte ich natürlich auch alles nehmen können und selbst zum Kaufen nehmen, aber gut zu. Wartet er uns schon? Da ist, da kamen wir nachher auch. Ach so. Kann man auch mal mit dem Vogel sprechen? Möge euch allen das Glück heute sein. Doch, aber der sagt mir nicht. Doch, man kann mit dem Vogel sprechen nochmal. Aber der sagt nichts. Guck mal, ich halte das Glück heute sein. Wo ist der Vogel? Hier, wo ich drin stehe. Wo stehst du denn nun? Wo kriegst du den Vogel hin, ey? Guck mal, ich kann euch ein Vollrollen. Wo ist euch allen das Glück voll sein? Wo ist das? Wo sucht den Zwerg? Geht. Voll heiß. Ach, Mist. Wo geschliffene Tophat hab ich gekriegt. Hörnchen sucht den Zwerg. Oh, die Bitch hat neun Style. Hörnchen sucht den Zwerg. Ja. Ja, wie findest du mein neun Style? Genauso aus wie vor, oder nicht? Nein. Ganz anders. Das meine, die Maps sind nur von der Seite. Alter, ich kann halt jetzt auch alles nehmen, wartet mal. Was kannst du alles nehmen? Oder? Nee, kann ich noch nicht. Naja, ich muss auch noch auf die Stufe warten, um den Rest noch zu tragen. Alter, ich hab 7000 Gold, alter. Bin über zu reich. Ah, das ist so geil, als das gibt's geschickt. Ich weiß, was ist 7000. Wollen wir mal dann irgendwann irgendwo einkaufen? Ich brauch mal echt... Hier kommt die Stift nach irgendwas, während ihr seid beruhigt. Hier kommt die Stift nach irgendwas. Wir werden garantiert nicht nur eine Stadt auf dem ganzen Weg finden. Na, nein, das garantiert nicht. Naja. Na, nein. Ich stimme. Sind wir soweit? Können wir jetzt los? Geil, oder? Oder wollt ihr erst essen? Dann mache ich jetzt nehmisch Aufnahmepause, weil ich hab kein Bock mehr gemacht. Nein, 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 das war jetzt nur der letzte Ding. Rocho, bist du fertig mit Essen? Okay. Gut, ich mach Aufnahmepause, ich hab keinen Lust andauern auf das. Denn es ist erst mal. Wenn die fertig sind, kommen wir wieder. Weiter geht's, jetzt haben die endlich gegessen. Wow, und da war das Ende. Boah, habt ihr das gesehen? Einzelangriff zugefügter Schaden, hatte ich 3000. Ja, warst du das? Ja, zieh's dir mal rein. Oh, ich hab keine mehr, dann müsst ihr mal die Dinge rufen. Heilige Scheiße, was hab ich denn da für ein Dings gefunden? Übelster Schild, Schild des Kriegers hab ich gefunden, Alter. Was soll das denn jetzt? Wieso gibt's mir jetzt nicht weh dann? Ja, weil der Deck ist mir einfach zu viel. Ach, du warst jetzt ein Feinsteck. Loll. Guck mal, Rocho. Was ist denn? Guck und dreh dich um. Das ist scheiße. Ja, du machst nicht mehr so viel Schaden, was du dann für ein Scheißweißweiß hängt, wenn der, wie doll da was weg wäre. Ja, aber jetzt hat die anderen Rüstung kann ich auch verkaufen. Oder soll ich die Zündung aufheben, Robbe? Ist komplett egal. Soll ich dir die Zündung schicken? Ja, die Rüstung kann ich gebrauchen, ich hab lange keine neue mehr gehabt. Ich muss mal kurz noch Alchemie hier machen. Alchemie? Ja, ist okay. Ja, ich kann auch hier meine Zutaten zusammen mixen und guck dann, was rauskommt. Heiltrank der Wache. Was auch immer das ist. Ein Heiltrank. Ich trank der Wache. Oh, hier, jetzt hab ich die selber gemacht. Und da kommt immer was anderes raus, das ist jetzt nicht. Und das, heilender Kuchen. WTF? Ein heilender Kuchen. Das ist ja, das ist ja wie Minecraft. Minecraft sind die Kuchenwesen. So, wie Wesen schenken. Geben. Geben, musst du drücken. Ach, geben. Ich hab'n heilenden Kuchen gekriegt. Und wie benutze ich den? Ach, den kann ich, ach, da muss ich im Inventar gucken, wa? Ja. Ja. Ich musste im Inventar gucken, um den zu benutzen. Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Stufe 9. Achso. Und den Inventar kann ich auch nur 10 übereinander. Fällt mir grad auf. Siehst du. Ja, ja. Jetzt seh' ich das auch. Siehst du. Oh, hier ist zum Einsatz im Doppelklick. Was soll ich denn nochmal? Ja. Guck dir die Axt an, Rocco, die du mir gegeben hast. Kannst du die schon nehmen? Ja. Guck. Alter, macht die Feuerschaden. Die macht... Äh... Reduziert Abnutzung 300% plus 5 Crit-Schaden. Ach ne, das war falsch. Reduziert Abnutzung plus 300% plus 16 Feuerschaden macht die. Mach mal. Geil, guck mal, Rob. Wir haben jetzt beide. Ich seh' meine Keule. Ich seh' deine Keule nicht. Warte mal. Ich nehm' die nochmal raus. Nehm' anstelle dessen. Nehm' ich mal wieder Stich rein. Siehst du, Stich? Äh, du hast hier zwei Waffen in der Hand, ja. Ich... 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 Jetzt seh' ich die. Guck mal. Oh, ich... Nichts nicht. Gut, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Ich geh' nicht weiter, ich rolle weiter. Wieso? Guck mal, laufen ist schneller. Ich weiß. Aber Martin hab' ich mit dem Rollen überholt. Martin... Martin ist ja auch ein Mädchen. Martin ist ja auch ein Mädchen, genau. Martin ist ja auch ein Mädchen, genau. Das übel zieht Fackel, Alter. Oh, hier sind die anderen Noobs. Die anderen... Der Ron McBonn.